Narzissmus spielt eine Rolle an Stellen, an denen kaum damit gerechnet wird. Das Thema dieses Wartags wird auf den ersten Blick eine überschaubare Anzahl von Menschen betreffen. Ein genauerer Blick verändert das. Tatsächlich sind zahlreiche Menschen davon betroffen, und zwar oft ohne zu ahnen, auf einem Pulverfass zu setzen. Carsten Noack, Reisebegleiter für Heldinnen und Helden. Die Unternehmensnachfolge innerhalb der Familie ist ohnehin schon eine unterschätzte Angelegenheit. Bei narzisstischen Elternteilen ist sie eine noch größere Herausforderung, die nicht immer gelingt. Und selbst wenn es letztlich gelingt, kommt es immer wieder zu ungünstigen und zu schmerzhaften Umwegen. Und das bekommen dann nicht nur direkt Betroffene auf irgendeine Weise zu spüren. Auch das Umfeld wie Familienangehörige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und damit deren Umfeld werden mit hineingezogen. Nicht selten gehen dabei auch leider wertvolle Arbeitsplätze verloren. In diesem Beitrag geht es darum, was zu erwarten ist und worauf zu achten ist. Die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Nachfolgeregelung und der sorgfältigen Ausfall eines geeigneten Kandidaten wird von narzisstischen Unternehmern häufig verdrängt oder nur halbherzig angegangen. Da gerade narzisstische Patriarchen oder noch deutlich seltener Patriarchen nicht wirklich ans Aufhören denken, kleben sie oft bis zum letzten Moment an ihrem Stuhl. Auch wenn die Nachfolger bereits seit Jahren im Unternehmen tätig sind und endlich die Führung übernehmen wollen. Die Angst vor dem Verlust von Ansehen und Einflussunternehmen oder das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, lassen Unternehmensinhaber hartnäckig an ihren Positionen festhalten. Und da sie in ihrem Leben immer alles in ihr eigenes Unternehmen gesteckt hat, alles hat sich ums eigene Unternehmen gedreht, haben sie oft keine Alternativen für die Zeit nach dem Ausscheiden geplant und befürchten, in ein tiefes Loch zu fallen. Tatsächlich ist das oft der Fall. Und im Beitrag Empty Desk-Syndrom beschreibe ich das ausführlich. Gleichzeitig können sich die bisherigen Unternehmensführer nicht in die Lage der Nachfolger versetzen, die unter Umständen bereit waren, auf die Verwirklichung eigener Pläne zu verzichten, um das vor allem in den Unternehmen weiterzuführen, oder die mit großzügigen Versprechungen in das Unternehmen gelockt wurden und nun mehr oder weniger geduldig auf deren Einlösung warten müssen. Das Ganze gleicht an der Versicherung für den Patriarchen, damit im Notfall jemand das Unternehmen übernehmen kann. Gleichzeitig wollen die Gründer, die bisherigen Unternehmer, weiter im Rampenlicht stehen, wollen die Lorbeeren ernten, die andere für ihn jetzt erarbeiten sollen. Der designierte Nachfolger wird aufs Abstellgleis geschoben und darf die ganze Arbeit machen, während sich der Patriarch alle wichtigen Entscheidungen vorbehält. Und das mag anfangs für den Nachfolger und den Fortbestand des Familienunternehmens durchaus hilfreich sein. Im Laufe der Zeit hat diese Form der Kontrolle jedoch nicht mehr diese Funktion einer hilfreichen Unterstützung, sondern nimmt den Charakter einer Blockade ein. Das eigene Kind muss Nachfolger werden. Dem Nachwuchs von Narzissen wird das Schicksal der Nachfolger quasi in die Wege gelegt. Üblicherweise ungefragt werden sie vom ersten Tag an zum Stammhalter auserkoren und von nun an systematisch auf ihre Eignung vorbereitet. Es ist völlig undenkbar, dass ein Sprössling eine andere Wahl als den Eintritt in das Familienunternehmen in Erwägung zählt. Es wird ihm als die großmögliche Wohltat verkauft, als ein Geschenk, eines Tages ein großes und erfolgreiches Unternehmen führen zu dürfen. Verweigern sich Nachkommen jedoch dem großzügigen Angebot, in Zukunft das Familienunternehmen führen zu dürfen, so werden sie ausgegrenzt, frühzeitig enterbt und wegen ihrer eigenen Lebensplanung verspottet. Ihnen wird regelrecht der Boden oder den Füßen weggezogen, wenn sie der Familientradition nicht folgen. Insofern wird ihnen keine wirkliche Wahl gelassen. Sie werden in die gewünschte Richtung gedrängt, was schon bei der Schul- und Berufsausbildung beginnt und die Wahl der Freunde, der Bekannten, der Kreise, in denen verkehrt wird und der Interessensgebiete wieder zu finden ist. Sind mehrere Kinder vorhanden, müssen diese oft in einen regelrechten Wettstreit um die Nachfolge treten. Häufig gibt es allerdings auch das Recht des Erstgeborenen, um von vornherein eine allgemein akzeptierte Regelung zu haben, die gegenüber anderen interessierten Kindern nicht weiter gerechtfertigt werden muss. Der Erstgeborene ist dann einfach der Glückspilz und die anderen kommen erst an zweiter Stelle. Narzisstische Patriarchen sind sich möglicherweise nicht mal bewusst, dass sie damit den Nachgeborenen den Stempel der Minderwertigkeit aufdrücken. Das eigene Kind muss der Aufgabe gewachsen sein. Es kommt nicht selten vor, dass Nachwuchs aus falsch verstandener Loyalität dem Wunsch der Eltern folgen und dann an der Aufgabe zerbrechen und das gesamte Vermögen samt Gesundheit und Lebensfreude verlieren. Die Möglichkeit des Scheiterns existiert einfach nicht in der Welt narzisstischer Eltern. Narzisstische Eltern blenden die Unfähigkeit oder die eigenen Wünsche des Nachwuchs einfach aus. Sie wollen die Realität nicht wahrhaben. Sie tun alles, um das Kind für diese Aufgabe auszurichten. Sie stellen ihre eigenen Wünsche über alles und können anscheinend auch nicht erkennen, dass ein ganzes Unternehmen mit seinen Arbeitsplätzen auf dem Spiel steht. Doch selbst, wenn der Nachwuchs geeignet ist und aus eigenem Antrieb den elterlichen Betrieb übernehmen möchte, sollte dieser die Perspektiven des Unternehmens sehr genau prüfen. Beispielsweise, ist das Unternehmen überhaupt erfolgreich? Schreibt es schwarze Zahlen? Welche Marktchancen hat das Unternehmen überhaupt in der Zukunft? Wie innovativ war und ist der Betrieb? Gibt es einen Investitionsstau oder wurden die notwendigen Investitionen kontinuierlich getätigt? Wie alt und qualifiziert ist die Belegschaft? Bleiben diese auch zukünftig Teil des Teams? Wie hoch ist das Fremdkapital? Welche Sicherheiten wurden gestellt? Wie hoch sind die Rücklagen? Welche Ausbildung und Qualifikationen benötigen Geschäftsführer? Was spricht überhaupt dafür, das Unternehmen zu übernehmen, anstatt das Neue aufzubauen? Narzisstische Familienoberhäupter sind meist sehr gut darin, das eigene Unternehmen als Erfolgsgeschichte darzustellen. Das Unternehmen und die eigene Karriere werden idealisiert, während andere berufliche Alternativen als nicht lukrativ abgewertet werden. Das macht es den Nachfolgern aus der Familie noch schwerer, eine gesunde Distanz zu wahren und auch gegenläufigen Impulsen zu folgen. Ein wirklich genauer Blick auf die Zahlen offenbart oft erhebliche Risiken. Die Gefahren werden jedoch meist von Firmenpatriarchen verschwiegen, werden verharmlost, weil diese einerseits ihren Nachwuchs für das Unternehmen gewinnen wollen und andererseits eigene Fehler und Unzulänglichkeiten nicht wahrhaben wollen. Das erschwert es Nachfolgern, zusätzlich eine ausgewogene Entscheidung für ihr Leben zu treffen. Eine Übernahme muss sorgfältig geplant werden. Die Verantwortung der Nachfolger für das eigene Leben, für die berufliche Zukunft und für das Familienunternehmen kommen mitunter zu kurz. Oft sogar. Also, wie realistisch ist eine erfolgreiche Unternehmensführung unter den gegebenen Umständen? So etwas zu fragen, wird allerdings üblicherweise nicht auf Gegenliebe treffen. Hier muss sich der potenzielle Nachfolger von den Ansichten und Einschätzungen des Unternehmensinhabers lösen und eine wirklich objektive Sichtweise einnehmen. Leider wird in vielen Fällen einseitig der Meinung und den Informationen des Patriarchen vertraut und aus Angst, die Eltern mit kritischen Fragen zu verärgern, wird ein sinkendes Schiff übernommen. Ist der Nachfolger damit der Motivation, neue Wege zu gehen und in der Hoffnung, das Ruderwald allein in der Hand zu halten, in das Familienunternehmen eingetreten, muss dieser auch feststellen, dass der Seniorchef gar nicht bereit ist, wirklich Platz zu machen? Der hält sich für unersetzlich und denkt gar nicht ans Aufhören. Der Nachwuchs übernimmt dann zwar alle Aufgaben, muss jedoch weiterhin den Anweis und des narzisstischen Elternteils folgen und gute Miene zum bösen Spiel machen. Verhandlungen zur Übernahme werden oft hinausgezögert. Häufig sind absurde Forderungen, die schon auf den ersten Blick rechnerisch nicht funktionieren würden. Privates und Geschäftliches lassen sich nicht voneinander trennen. Besonders problematisch wird es, wenn ein Generationenkonflikt eskaliert und von der betrieblichen Ebene ins Private getragen wird oder andersrum vom Privaten in den geschäftlichen Bereich. Die Rollen gehen ineinander über. Sie vermischen sich. Betriebliche Probleme können nicht an der Tür abgegeben werden und köcheln beim Abendessen oder bei Familienfeiern einfach weiter. Der Druck steigt. Und so leidet dann nicht nur der Betrieb unter den internen Machtkämpfen und ungeklärten Kompetenzfragen, sondern die ganze Familie kann an den Auseinandersetzungen zerbrechen. Familie, Betrieb, Besitz, all das ist eng miteinander verboben. Am Ende kann alles verloren gehen, wenn nicht vernünftig in einem Strang gezogen wird. Ein konstruktiver Umgang miteinander ist allerdings eher die Ausnahme als die Regeln. Teilweise verbieten die Familien überhaupt ja sogar jede Diskussion, jeden Streit, jede Aggression über Themen, die nicht gefallen. Meinungsverschiedenheiten dürfen einfach nicht sein und werden unter den Teppich gekehrt. Spannungen dürfen nicht offen angesprochen werden, um die Eltern zu schonen und den Schein einer harmonischen und erfolgreichen Familie zu wagen. Sogar wenn die bescheidene Lage des Unternehmens nicht mehr zu übersehen ist, wird immer noch von glorreichen Triumpfen oder von großen Träumen in der Zukunft von einer Wende geträumt. Narzissen wollen das konstruierte Bild um jeden Preis aufrechterhalten. Läuft etwas nicht gut, dann ist es die Schuld des Nachwuchses. Klar. Der Retter in der Not. Gibt es ernsthafte Probleme unternehmen, kann dies dem Alten in die Hände spinnen und seine weitere Anwesenheit rechtfertigen. Die Firma braucht mich jetzt oder das Kind schafft es noch nicht alleine. Das sind Aussagen, die darauf hindeuten, dass es mehr um den eigenen Wert des Narzissten geht, als um das Wohl der Firma, des Unternehmens, geschweige denn um den Nachwuchs. Dass die Ursachen oft in der Vergangenheit liegen, wird nicht akzeptiert und wehe derartiges wird geäußert. Das macht Narzissten wütend. In vielen Fällen ist gerade eine überalte und innovationsfeindliche Unternehmensführung, das eigentliche Probleme mitdreht. Eine vernünftige Lösung finden. Die Anforderungen an eine Unternehmensnachfolge werden häufig unterschätzt. Das habe ich in meiner Zeit als Unternehmensberater immer wieder erfahren und das sowohl betriebswirtschaftlich als auch psychologisch. Eine Unternehmensnachfolge sollte grundsätzlich sorgfältig geplant werden. Im Fokus steht dabei die Verantwortung für das Unternehmen und das ist so schon komplex und herausfordernd. Sind Personen mit narzisstischen Tendenzen beteiligt, kommen weitere wesentliche Aspekte hinzu, die berücksichtigt werden wollen. Es wird meist ziemlich komplex und vieles spielt sich unausgesprochen ab. Persönliche Wünsche, Vorlieben und Emotionen des Unternehmensinhabers dürfen nicht im Vordergrund stehen, tun sie allerdings. Sollte sich in der eigenen Familie kein geeigneter Nachfolger mit den entsprechenden Fähigkeiten finden oder sollte die Familie kein nachhaltiges Interesse an der Fortführung des Unternehmens haben, sollte nach Alternativen gesucht werden. So hart es im Einzelfall für die bisherigen Unternehmer sein mag, es ist nicht einfach, das Familienvermögen aus der Hand zu geben und einen Fremdgeschäftsführer einzustellen oder das Unternehmen eventuell zu verkaufen, es lohnt sich, eine genaue Prüfung. In erster Linie gilt es, an das Unternehmen und seinen Fortbestand zu denken und auch an das Bedürfnis des eigenen Nachwuchses. Unternehmer brauchen entsprechende Einsichten, um die eigenen Einsichten zurückzustellen und nicht das eigene Kind dafür zu missbrauchen, indem es mit aller Macht in die Verantwortung gezwungen wird. Je ausgeprägter die narzisstischen Tendenzen sind, desto unwahrscheinlicher sind derartige Einsichten. Wozu ist dieses Wissen gut? Mögen diese Einblicke dabei helfen, besser zu verstehen, was bei einer Unternehmensnachfolge von einem narzisstischen Elternteil zu erwarten ist? Schließlich geht es nicht nur um die Beteiligten der Familie. Es geht auch um die Folgen für viele weitere Menschen wie die Mitarbeitenden. Vorsorge ist besser als Nachsorge. Wird das beherzigt, erspart es persönlich und auch anderen eine Menge Ärger. Frühzeitig lohnt es sich, entsprechende Begleitung zu finden, die damit Erfahrung hat. Carsten, Nowak, gehen wir den Weg ein Stück gemeinsam, passen wir gut auf uns und jene auf, die uns am Herzen liegen. Das ist ein Stück weit, wie man dasider ist. Also, wie man das wieder genau wird, wir machen die Zukunft, wie man das Dassel beherzigt einer蛇 Bombeine, der Familie auch und ich gehe all das etwas zu bliegen.